Das komfortable Kurhotel Imperial befindet sich mitten in einem durch Parks geprägten Teil von Franzensbad. Nur 5 Gehminuten von allen häufig verschriebenen Heilquellen für Trinkkuren. 200 Meter vom Kurhotel entfernt befindet sich auch der Aquapark Aquaphorum mit seinen Schwimmbecken, Fitnessraum und anderen Einrichtungen. Das Imperial verfügt über 49 Zimmer, darunter 12 Einzel- und 33 Doppelzimmer sowie 4 Apartments. Alle haben sie ein Bad mit Dusche und Bidet, Haartrockner, Bademantel, WLAN, Satellitenfernsehen, Minibar und Safe. Einige der Zimmer bieten einen Balkon mit Blick auf den Kurpark. Das Frühstück im hoteleigenen Restaurant wird in Form eines Buffets serviert. Zum Mittag- und Abendessen haben die Gäste die Wahl zwischen drei oder vier Gerichten. Die Mahlzeiten entsprechen hohen dietetischen Standards und die Gäste werden von einer hauseigenen Ernährungsberaterin beraten. Mehrmals in der Woche wird die Atmosphäre beim Essen durch Klavier oder Harfenspiel aufgelockert. Und in der warmen Jahreszeit gibt es auf der Terrasse Essen direkt vom Grill. Das Kurhotel Imperial verfügt über eine eigene therapeutische Abteilung. Mit Mineralwasser aus den örtlichen Quellen werden hier balneologische Behandlungen durchgeführt und außerdem gibt es auch Thermalkuren mit Dorfschlamm. Das Kurhotel bietet darüber hinaus ein eigenes Rehabilitations- und Entspannungsbecken mit Hydromassageanlagen. Zu den zahlreichen Dienstleistungen und Einrichtungen des Imperial Spa gehören ein gemütlicher Garten mit Sonnenliegen, ein bewachter Parkplatz, ein Fitnessraum, eine Sauna und ein kleines Schwimmbad sowie Minigolf, ein Kosmetiksalon, ein Schönheitssalon, ein Fahrrad und ein Nordic Walking Verleih. Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, steht ein geräumiger, bewachter Parkplatz direkt vor dem Hotel gegen eine geringe zusätzliche Gebühr zur Verfügung. Buchen Sie Ihre Unterkunft und Behandlung im Kurhotel Imperial zu den günstigsten Preisen auf sanatoriums.com